Jo, da ist aber noch einer. Ich seh dich doch. Versteck sich irgendwo. Da oben! Da oben ist der Okulyt. Einmal Kopfschuss. Ha, ha, ha. Oh, nö. Die Viecher. Das sind überhaupt keine Chiller. Wow. Echt jetzt. Ihr seid überhaupt nicht meine Freunde. Ich mag euch nicht. Okay, und dich da hinten mag ich auch nicht. Ich hoffe, dich zu verstecken. Kann er wohl nicht angehen hier. Schmodder, schmodder. Ja, da oben ist noch einer. Ich weiß. Oh, da sind noch ein paar mehr oben. I'll take the shortcut, please. So. Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Das wird ja jetzt schon ein bisschen aufwendiger, würde ich sagen. Ich dachte eigentlich, das ist eine kurze Mission, aber... Das scheint hier richtig Aufwand zu sein. Oh yeah. Ich habe wieder irgendwas geupgradet. Oh yeah. Nein. Falsche Richtung. Oh, alter. Kann ja wohl nicht angehen hier. Vor allen Dingen, was quietscht hier so? Oh, nö. Ja. Nicht gerade, wenn ich hier... Boah, das gibt es auch nicht. Ah, kann doch wohl nicht angehen hier. Ah, das ist, das ist, das ist, das ist. Also wirklich. Das ist das Nervigste an diesen Missionen. Extraktion. Warum eigentlich? Damit ich cashlos werde oder was? Weil das da eben, das ist doch eine Arena, wo ich eigentlich nur einen Gegner nach dem anderen niedermetzel und dann kommt dieses... Nö, 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 dieses blöde Viech da. Dann werde ich dich snipern. Ha, 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 ha. Lol. Netzpurifizierer. Daneben. Ach, der hat eine Schwachstelle. Boah. Ups. Wollte ich eigentlich nicht. Joah. Ich habe nur gerade keine richtige Waffe gefunden. Kann aber nicht angehen hier. Wirklich. Geht doch. Geht doch. Einmal T drücken. Das kann jetzt dauern. Das ist wieder der Gegner, den ich hasse. Weil, äh... Er ist einfach scheiße. Äh, gucken wir mal. Also mit dem Sniper-Ding komme ich hier nicht so wirklich weiter. Das heißt... Äh, nehmen wir statt des Sniper-Gewehrs mal... Na gut. Pulsierer. Welche Munition nutzt der? Äh... Keine Ahnung. Maschinenpistolen. Auf jeden Fall. Sturmgewehr der Heimtücke wäre Sturmgewehr. Probieren wir das mal. Als Alternative. So. Einmal Munition. Und wie? Das nutzt dieselbe Munition wie das andere. 500? 500? Na, gucken wir mal. Boah, ja. Aber das kann jetzt hier ein bisschen ätzend werden. Das wird dann dieses... Äh... Gegner. Gegner. Blöder Gegner. Den man hundertmal anschießt. Weil er einfach nicht sterben will. Munition ist voll. Das heißt, ich, äh... Nehme an, das sind die letzten beiden, oder? Die anderen haben alle schon aus Langeweile aufgegeben. Ja. Sind tatsächlich die letzten beiden. Ja, das war's. Die laden jetzt wieder brav ihre Schilder auf. Ach, wie ich das doch... Ach, ehrlich. Dabei hätte ich den einen sogar fast gehabt. Glaube ich. Mann, 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 Mann. Wie ich das hasse. Wieso hat der denn wieder volle Energie? Okay. Den hab ich tatsächlich erledigt? Ich hab ihn doch tatsächlich erledigt bekommen. Das gibt's ja nicht. Normalerweise häng ich an diesen Gegnern echt Ewigkeiten rum. Weil, ihr habt ja gesehen, immer wenn ich extrahiere, regenerieren die komplett ihre Energie. Oh, und hier ist jetzt auf mysteriöse Weise ein Loch erschienen, wo wir uns einfach mal fallen lassen. Wupp. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Besiege das Netz. Boah. Könnte der vielleicht mal sterben. Geht doch. Und ich habe keine Munition mehr. Das heißt, während Cass da mal eben kurz chillt. Ja, da sind schon die nächsten Gegner, wie ich sehe. Ach, ich dachte schon, Cass hat den endlich erledigt. Aber nein. Jo. War Cass allein. War ich nicht. Oh nö, einer von denen. Zwei von denen. Och, wollte ich mich verarschen. Ja. Schön. Ja, schön. Wenigstens muss ich nicht weit laufen, um denen in den Arsch zu schießen. Klar. Habt ihr es gesehen? Der eine Gegner ist einfach mal so, ohne sich zu drehen, hat er mir quasi ins Gesicht geschossen. Jetzt frage ich mich, wie funktioniert denn das? Ach, hau doch ab. So. Was hatte der denn dabei? War das eine pinke Waffe? Also, bevor ich gestorben bin? Ah, doch. Ich komme rauf. Haha. Ja, hier kommt man aber nirgendwo hin. Jemand zur Hilfe? Au. Och, Mädel. Bei mir ist alles gut. Ja. Super. Das habe ich mir doch gedacht. Und ich brauche Munition, weil meine ist alle. Das heißt, gucken wir uns mal um. Und was haben wir da eigentlich eben pinkes eingesammelt? Vor allem, was geht hier denn ab? Kannst mich mal. Ich verballer hier meine Munition wie andere Leute, keine Ahnung, Kondome oder so. Vor allen Dingen, hier sind wir doch schon fast wieder draußen, oder? Ja, ich sehe nichts. Alter, jetzt lass mich doch mal durch, die ganzen Spackos. Ja, wie viele sind denn das? Hör auf, mir zu folgen. Hör auf. Lass den Scheiß. Einfach draufhalten. Irgendeinen trifft es immer. Boah, Alter. Ja, ist ja gut. Jo, dann wollen wir mal Extraktion machen. Woher unanim natürlich. Ja. Der신 올�로 wäre sowas. Ja, ich sehe, das sind ja gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017